So, wir haben zwei Stunden Küchentischformat hinter uns. Endlich war ich dran, ich war schon so lange neidisch, hab mal die Formate geguckt und es hat meine Erwartungen voll erfüllt. Zwei ganz intensive Stunden, ganz, ganz viele tolle Fragen und Beiträge, eine super Stimmung und ich war jetzt sehr, sehr zufrieden, ich muss auslesen und wieder nach Hause. Tschüss.